Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Das Thema Apps ist ja in der Smartphone-Zeit allgegenwärtig und ich habe euch ja in den letzten Jahren auch schon viele coole Apps hier auf dem Kanal gezeigt. Heute geht es mal um das Thema Erstellung einer App und wer schon mal so ein bisschen sich damit versucht hat, vielleicht auch mit Xcode und so weiter, der weiß, so easy ist das gar nicht mal eben gemacht. Und hier kommt jetzt Zepter ins Spiel und was es damit auf sich hat, wie das funktioniert und so weiter, das möchte ich euch in diesem Video zeigen, denn es ist auf jeden Fall sehr simpel eine App hier zu erstellen und man kriegt viele coole Plugins und Funktionen. Das alles in vieles mehr im heutigen Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Das Video ist in Zusammenarbeit mit Zepter entstanden, aber ihr kennt es ja alles, was ich in diesem Video sage, ist komplett meine ehrliche eigene Meinung. Und ich habe jetzt kein Skript oder sonst was bekommen, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt hier erstmal ganz am Anfang an. Und was ist Zepter eigentlich? Ja, damit habt ihr die Möglichkeit, eine Web-App oder natürlich auch eine iOS- und Android-App für euch nach eurem Belieben zu erstellen. Und da gibt es sehr viele Vorlagen, da schauen wir uns gleich alles nochmal an, aus denen man dann auch wählen kann. Ich erstelle auch so eine kleine App schon mal. Aber natürlich ist hier euer Fantasie bzw. eurem Nutzen, was ihr eigentlich braucht für eure App, keine Grenzen gesetzt. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Plugins und Funktionen, die ihr dann für eure App nutzen könnt. Was auf jeden Fall sehr cool ist, finde ich, wie das System aufgebaut ist. Hier werden jetzt keine Programmierkenntnisse natürlich vorausgesetzt oder ihr müsst nichts extra coden, sondern ihr könnt eigentlich relativ simpel per Drag & Drop die App so nach eurem Belieben erstellen. Ich würde sagen, ich habe ja schon ziemlich viel geredet, ohne wirklich viel zu zeigen. Deswegen gehen wir doch jetzt einfach mal auf die Webseite, melden uns da an und schauen mal, was man da alles so machen kann. Angemeldet sind wir jetzt und jetzt kann es dann eigentlich auch schon losgehen. Das Coole ist, es gibt hier sehr, sehr viele Vorlagen, aus denen man dann auch wählen kann. Das finde ich wirklich klasse, wenn man hier zum Beispiel mal runter scrollt, dann sehen wir hier auf jeden Fall schon mal einen kleinen Überblick. Und ich finde, das sieht hier vom Design auf jeden Fall schon mal richtig klasse aus. Man kann sich da auch gut einen Eindruck davon machen, wie es dann aussehen könnte, wie man dann vielleicht seinen Shop oder seine Idee für die App umsetzen könnte anhand dieser ganzen Beispiele. Das Ganze ist dann hier auf der linken Seite auch nochmal kategorisiert nach verschiedenen Möglichkeiten. Hier zum Beispiel Shop. Wenn wir einfach mal darauf gehen, werden mir jetzt hier alle Vorlagen angezeigt oder alle Ideen, die halt mit dem Thema Shop zusammenhängen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit ohne Vorlage zu starten, das haben wir hier ganz oben links. Aber wer natürlich sagt, ich möchte so ein bisschen Inspiration schon haben, ich möchte schon so ein bisschen einen Grundaufbau haben, dann kann man hier natürlich auf eine Vorlage zurückgreifen. Ich glaube, um jetzt anzufangen, gehe ich jetzt einfach mal auf dieses Preset drauf. Dann kommen wir auch hier schon zur nächsten Seite, kann man sich das schon so ein bisschen weiter anschauen, wie es dann final aussehen könnte. Man kann hier natürlich alles Mögliche anpassen und so weiter. Schauen wir uns natürlich gleich im Folgenden an. Aber hier kommen dann auch nochmal andere Farbvarianten, die man zum Beispiel nehmen könnte. Bisschen Blautöne rein oder hier ein bisschen mehr mit Gelb. Also muss man auf jeden Fall mal schauen. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt hier erstmal bei dem Standard und klicken dann hier auf Los geht's. Und ja, jetzt geht es dann auch an die eigentliche Einrichtung der App, das wir jetzt alles hier final machen. Hier bekommt man auch als nächstes direkt ein Tutorial, wo dann nochmal alles kurz erklärt wird. Wo bekommt man etwas? Wie macht man das? Und hier gibt es dann natürlich auch Videotutorials, was auch sehr, sehr schön ist, um jetzt das Ganze ein bisschen kennenzulernen. Wir sind hier natürlich noch ganz am Anfang. Wir klicken jetzt hier einfach mal auf deine App bearbeiten und haben jetzt hier natürlich noch die Standardvorlage. Das werden wir jetzt natürlich alles im Laufe des Ganzen nochmal so ein bisschen anpassen. Was ich auch richtig klasse finde, wie jetzt dieser Editor, sage ich jetzt mal, gestaltet ist. Man findet sich hier super schnell zurecht. Ich bin jetzt hier gerade auf der Startseite, kann jetzt hier natürlich auch die anderen Seiten auswählen und kann dann hier auch direkt auswählen, was ich denn haben möchte. Zum Beispiel einen neuen Inhalt, neue Medien, Widgets und so weiter. Ich kann die untere Leiste bearbeiten und bekomme dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Inhalt und Text gehe, hier auch direkt verschiedene Vorschläge, was ich dir jetzt alles hinzufügen kann. Und ich würde sagen, da fangen wir doch jetzt erstmal mit an. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich jetzt hier ein neues Bild, ein neues Headerbild hochgeladen habe. So sieht das Ganze aus und es wird mir dann hier natürlich auch direkt oben angezeigt. War in Norwegen ein sehr, sehr schöner Urlaub auf jeden Fall. Und als nächstes geht es natürlich darum, dass ich hier diesen Text etwas anpassen möchte. So, ein bisschen habe ich jetzt schon mal weitergearbeitet und zwar habe ich jetzt das Bild hier oben geändert, den Text. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich simpel. Man klickt hier einfach rauf. Ich kann jetzt hier diesen Text einfach anpassen. Wenn ich jetzt hier irgendwas hinschreibe, dann wird das direkt dann hier auch visuell dargestellt. Genauso natürlich hier unten. Am Ende kann man hier das Ganze speichern. Das sieht auf jeden Fall für den ersten Eindruck von der Startseite schon mal ganz gut aus. Da kriegt man schon mal einen guten Überblick, was jetzt eigentlich die App macht. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere Möglichkeiten, was man alles hinzufügen kann. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Und zwar hier auf der linken Seite. Ich bin jetzt hier noch auf der Startseite, wie ihr sehen könnt. Und ich kann dann hier auch ganz simpel eine neue Seite hinzufügen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel noch die angebotenen Leistungen etwas besser präsentieren. Oder vielleicht möchte ich noch etwas mehr zu meiner Person schreiben. Dann kann ich jetzt hier einfach auf neue Seite klicken. Kann hier jetzt der Seite einen Namen geben. Ich mache jetzt einfach mal über mich. Und kann jetzt hier einfach einen Text hinzufügen. Zum Beispiel kann man jetzt hier einfach einen Text hinzufügen mit einem Link. Da kann ich jetzt zum Beispiel auch meinen YouTube-Kanal mit einbinden. Und wenn ich jetzt hier das Ganze so hinzufüge, dann kann ich jetzt hier einfach erstellen klicken. Und dann haben wir jetzt hier das Ganze so eingebunden. Und der User kann dann jetzt hier direkt auf meinen YouTube-Kanal kommen. Jetzt habe ich hier auch nochmal meinen Twitter-Feed hinzugefügt. Das ist denke ich auch ganz schön für manche Anwendungen. Und da werden mir jetzt hier die ganzen Tweets angezeigt. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ganz schön, um das auch mal so zu integrieren. Ihr seht schon, hier gibt es auf jeden Fall sehr viele verschiedene Funktionen, die man hinzufügen kann. Zum Beispiel auch in E-Commerce oder auch Online-Buchungen, was natürlich als Fotograf auch sehr, ja, passend ist, würde ich jetzt mal sagen. Gerade mit E-Commerce ist das ja, denke ich mal, für viele dann auch sehr interessant. Gerade in so einer App, wenn man zum Beispiel eigene Klamotten anbietet und so weiter. Da kann man ja sehr, sehr viel machen. Das Ganze ist dann allerdings nicht in einer kostenlosen Variante mit inbegriffen. Kann man aber auch hier 14 Tage lang kostenlos testen. Wenn man jetzt mal anschauen möchte, wie denn jetzt die App schon mal aussieht, kann man hier einfach auf Veröffentlichen klicken. Und dann kann man hier auf Testen klicken. Also die ist jetzt noch nicht irgendwo öffentlich einsehbar. Aber jetzt ist das hier so im Programm schon mal einsehbar. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Da haben wir hier einen direkten Überblick. Wir sehen dann hier auch, okay, das Ganze funktioniert soweit. Und wenn man dann hier auf die einzelnen Schaltflächen geht, funktioniert das auch alles soweit. Ist natürlich jetzt erstmal nur provisorisch als gemacht, die App, um das euch zu zeigen, was überhaupt damit möglich ist. Aber ich denke, so hat man schon mal einen guten Eindruck davon gewinnen können. Was auf jeden Fall auch sehr hilfreich ist für die App, das ist der Marketplace. Denn hier gibt es noch etliche Plugins und weitere Features, die wir dann auch bei der App implementieren können. Wie zum Beispiel den E-Commerce Shop, das habe ich euch hier eben schon mal ein bisschen angesprochen. Oder auch ein Echtzeit-Chat, ein Reservierungs- und Buchhaltungssystem. Aktuell gibt es hier auch nochmal deutlich Rabatte, wie ihr hier sehen könnt. Da gibt es auf jeden Fall richtig coole Plugins, hier auch ein Spotify-Widget oder auch Mailchimp, was ja gerade für Newsletter sehr, sehr wichtig ist. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal durchzustöbern. Man kann das Ganze hier natürlich dann auch nochmal so ein bisschen kategorisieren und bekommt dann jetzt in diesem Fall die ganzen Plugins, die halt wichtig sind fürs Marketing. Ich sage jetzt einfach mal, also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Mein Fortschritt ist jetzt bei 67%. Der nächste Schritt wäre dann, gehe live mit der App. Ich würde sagen, da gehen wir doch als einfach mal hin und dann werden wir jetzt hier auch wieder zum Marketplace weitergeleitet. Und hier sehen wir dann auch schon, wie viel das Ganze kostet und zwar 11,90 Euro pro Monat, wenn ich diese App für iOS und Android hinzufüge. Das können wir dann hier dann einfach auswählen und alle entsprechenden, ja, weiteren Schritte durchlaufen lassen. Meine App ist natürlich noch nicht ganz fertig, da muss ich noch so ein bisschen dran arbeiten. Aber ich würde sagen, für den ersten Eindruck, wie man jetzt hier dieses Programm bedient und so weiter, war das denke ich mal schon ganz hilfreich. Dann möchte ich euch noch auf eine extrem coole Aktion von Septa aufmerksam machen und zwar ist das dieses hier. Da werdet ihr nämlich komplett an die Hand genommen und es wird mit euch eine App erstellt. Und das Coole ist, das Ganze ist dann auch komplett kostenlos. Da werdet ihr dann natürlich die komplette Zeit unterstützt und es wird dann für euch nach euren Vorlieben und wie ihr das gerne so haben möchtet, die App erstellt. Und am Ende erfolgt dann natürlich der App-Store-Auftritt. Das ist auf jeden Fall, wie ich finde, richtig cool. Ihr spart eine Menge Geld, hier oben steht auch nochmal 890 Euro und alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, ich denke mal, da konntet ihr schon mal einen guten Eindruck davon gewinnen, was man jetzt eigentlich mit Septa machen kann. Und klar, meine App ist noch nicht fertig, da muss noch definitiv viel gemacht werden. Aber um das einfach mal schon mal zu zeigen, was damit möglich ist, war das denke ich mal schon mal nicht verkehrt. Und ich muss sagen, alles in allem gefällt mir der Service hier wirklich sehr gut, denn er ist sehr einfach in Intuitivgehalt. Man bekommt viele Vorlagen, aus denen man wählen kann. Natürlich nach seinen Präferenzen kann man es nochmal so ein bisschen filtern. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass man hier sehr einfach im Prinzip eine App nach seinem persönlichen Anliegen dann erstellen kann. Wenn es dann an die Veröffentlichung geht für den App-Store und Google Play Store, bekommt ihr hier natürlich auch die notwendige Hilfe und könnt das entsprechend einstellen mit den Grafiken, mit den Texten, die halt im App-Store oder Play Store dann angezeigt werden sollen. Also ihr kriegt wirklich von 0 bis 100 alles, was ihr braucht und kriegt dann die nötige Unterstützung. Und deswegen muss ich sagen, dass das Preis-Leistungstechnisch auf jeden Fall auch sehr angemessen ist. Hier gibt es ja verschiedene Preisbereiche, verschiedene Modelle, die man dann wählen kann. Ob man jetzt ein komplett kostenloses Modell nimmt, eine Web-App oder dann halt für iOS und Android oder das komplette Unlimited-Paket. Hier gibt es aktuell übrigens auch 50% bis Jahresende auf die Pakete. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Somit muss ich sagen, geht es preistechnisch auf jeden Fall in Ordnung. Und wenn man das ansonsten manuell machen würde, bräuchte man ja auch einen Apple Developer Account jedes Jahr, der auch nochmal 100 Euro kostet. Also das muss man natürlich auch nochmal im Hinterkopf behalten. Das ist natürlich hier dann alles schon mit inbegriffen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch gerade die Aktion, dass ihr an die Hand genommen werdet und mit euch dann eine App von 0 bis 100 erstellt wird. Komplett kostenlos. Und das habe ich euch ja auch nochmal gezeigt. Die Links dazu sind natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ihr könnt ja einfach mal eine komplett kostenlose App erstellen. Und dann könnt ihr auch mal den Link in die Kommentare schicken von der App, die ihr erstellt habt. Das wäre doch auf jeden Fall mal ganz cool. Können wir uns gegenseitig so ein bisschen supporten und vielleicht mal auschecken, was ihr da so alles drauf habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann. Macht es gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.